Meetings streamed live auf Facebook. Herzlich willkommen zu Gemeinsam statt einsam. Heute scheint es endlich mal wieder zu funktionieren und ich freue mich heute umso mehr. Erstens eine Frau als Interviewgast dabei zu haben. Sie ist auch noch blond und es dreht sich alles um das Thema Verkaufen und diejenigen, die mich schon etwas länger kennen, wissen, dass das, ja ich sag mal so eins meiner alten Herzensthemen ist. Deswegen freue ich mich ganz ganz besonders, dich als Verkaufstrainerin, liebe Manuela, wieder heute im Interview zu haben. Ja, hallo Nadine, vielen lieben Dank dafür und danke für deine Einladung und dass ich heute da sein darf. Sehr, sehr gerne und ja Verkaufen und Frauen, das ist ja doch schon immer so die Frage, da ist man ja durchaus eher in einer Männerdomäne unterwegs. Nur, also ich setze erst mal provokant die These, wir Frauen sind die besseren Verkäufer. Stimme ich dir zu? Genau, das war klar, ne? Also ihr lieben Männer, die jetzt auch Verkäufer sind. Ja, ihr seid auch gut, keine Frage. Wir sind ein klein bisschen besser. Und wir können alle voneinander lernen, das kann man auch dazu sagen. Das stimmt auf jeden Fall. Was mich aber gerade in dem Zusammenhang als erstes interessiert, wie bist du dann zu diesem Thema gekommen? Wieso bist du Verkaufstrainerin? Ja, das ist eine gute Frage. Dankeschön dafür. Und das ist so passiert eigentlich, dass ich selber sehr lange im Vertrieb war, in unterschiedlichsten Vertriebspositionen, in großen Unternehmen, wirklich in verschiedensten Unternehmensstrukturen und da auch verschiedenste Vertriebspositionen begleitet habe und auch selber ausgeführt habe. Also wirklich so vom Innendienst her bis hin zum Außendienst, dann Key-Account und Vertriebsleitung. Also ich hatte wirklich so vom Spektrum her ziemlich viel dabei, was ich selber mal gemacht habe und habe immer so aus diesen unterschiedlichen Perspektiven verschiedene Sachen einfach erlebt und bin dann vor, wie war das, 2014, also schon vor sechs Jahren zum Coaching gekommen, habe dann eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und danach kam so dieser ganze Prozess ins Rollen und dann dachte ich so, okay, was, wie kann man systemisches Coaching, Vertrieb, all die ganzen Sachen, Erfahrungen, die ich selber so im Business gesammelt habe, ganz gut zusammenbringen. Ja, und da ist dann die Idee entstanden, selber als Business Coach und als Vertriebstrainerin zu gründen. Sehr cool. Und wieso liebst du verkaufen so sehr? Wieso machst du das? Also ich weiß ja, wieso ich das mache, aber es interessiert mich natürlich auch und ich hoffe euch da draußen auch, verkaufen, dieses böse Wort, dieses Kunden über den Tisch ziehen, denen irgendwas andrehen, aufschwatzen, was es da nicht alles für schöne Attribute gibt. Wieso machst du das aus dem Herzen heraus? Ja, da war es einfach so schön, dass du bist immer in Kontakt mit Menschen und hast immer mit anderen Persönlichkeiten zu tun und ich finde Vertrieb ist oder Verkauf ist das Thema schlechthin, woran man sich auch in seiner Persönlichkeit entwickeln kann. Es ist ja unglaublich spannend, auch wie viele verschiedenste Menschen und Situationen man irgendwie trifft und es ist unglaublich bereichernd, dieser Job. Also dieses Thema Verkaufen ist auch so ganz spannend, weil ich habe es neulich mal erzählt, auch in einem anderen Podcast-Interview, dass ich schon früher auch mal viel Kaufmannsladen zum Beispiel gespielt habe. Das fing schon sehr früh bei mir an und ich hatte da eine hohe Affinität scheinbar hin und ich mag es einfach, mit Menschen zusammenzuarbeiten und es gar nicht so als Verkaufen an sich zu sehen, sondern da, also ich sehe es eher als, ich baue langfristige Beziehungen auf und wenn man Beziehungsaufbau, Geschäftsbeziehungen aufbaut, das ist halt was total Wertvolles und auch was total Schönes und all die Dinge und das, was da eben so passiert ist oder was ich dabei gelernt habe, das jetzt an andere weiterzugeben oder das mit anderen quasi zu integrieren und zu coachen, macht mir halt unheimlich viel Spaß. Das finde ich gerade sehr spannend, was du sagst, wie du es siehst, dieses Thema Geschäftsbeziehungen aufbauen. Ich hatte Montagabend auch das Thema Verkaufen in einer Schulung und dann kam so, ja, Verkaufen ist ja irgendwie was Hartes und was Schweres. Wie stellst du dir das dann vor, wenn du mit deinen Kunden, Klienten zusammenarbeitest? Und ich habe das halt einfach erzählt, gemeinsam einen Weg zusammenzugehen, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam einen Mehrwert zu schaffen. Ja. Und dann kam zurück, ach stimmt, das hört sich ja leicht an und das gibt ja auch so eine Leichtigkeit und so eine Freude und nicht dieses, boah, Verkaufen. Genau, genau, so ist es. Und es ist halt wirklich so zu sehen, also wirklich in so einem, ich bringe das immer in puncto, Vertrieb macht Spaß. Und sehe das gar nicht so als, ich bringe dem da jetzt was hin oder ich komme jetzt mit meinem Bauchladen und platziere da die ganzen Sachen, sondern eher so Beziehungsaufbau und tatsächlich das auch so zu sehen, Beziehung immer vor Provision zu sehen. Was ist dann aus deiner Sicht, und ich habe es ja eben gerade schon etwas provokant gesagt, wir Frauen sind die besten Verkäufer. Wo ist aus deiner Sicht der große Unterschied, und jetzt möchte ich es gar nicht bewerten, sondern einfach so der Unterschied zwischen Männlein und Weiblein in einem Verkaufsprozess? Ja, das ist eine sehr gute oder sehr wichtige Frage. Und ich glaube, der größte Unterschied liegt darin, dass wir Frauen einen extremen Vorteil haben im Thema, dass wir den Beziehungsaufbau, also tatsächlich schon mit dem anderen in Kontakt zu gehen, die Beziehung zu knüpfen, Vertrauen aufzubauen, da haben wir so einen Vorteil. Und ich erlebe halt, dass es noch viel zu wenig genutzt wird oder viel zu wenig darauf vertraut wird, dass wir das gut können und dass wir das gut machen können. Und da sehe ich halt für uns einen riesen Vorteil drin. Und aus deiner Sicht, was können Männer besser? Also wir wollen euch, liebe Männer, jetzt nicht ganz so schlecht darstellen. Ja, die Männer kennen natürlich auch sehr, sehr viel, sehr gut. Und zwar, ich glaube halt, Männer sind oft in dem ganzen Thema, wenn es dann um Preisverhandlungen geht oder wenn es um die ganzen Sachen geht, strategisch zu argumentieren, da sind sie oft viel, naja, geplant einfach vorbereitet. Also wir Frauen dann oft mal so, ach, mach ich vielleicht mal ein bisschen intuitiver oder all diese Sachen, sind Männer schon sehr klar. Das erlebe ich so, ja. Glaubst du auch, dass das was mit Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl hat? Ja, auf jeden Fall. Also Thema Preis und Verhandlungen immer hat was mit dem Thema Selbstwert zu tun. Wieviel bin ich mir a, selbstwert und b, kann ich den Wert, der da jetzt quasi gerade aufgerufen wird, für das Produkt oder für die Dienstleistung entsprechend argumentieren, verkaufen und da die entsprechenden Vorteile und die Nutzen dann entsprechend oder den Nutzen dann entsprechend klar machen. Und ich glaube, so sehe ich das oder so erlebe ich das, dass tendenziell da, glaube ich, leider wir Frauen eher auch noch mal Zugeständnisse machen. Ach, naja, gut, okay, dann machen wir noch so einen kleinen Rabatt oder ich lege noch mal irgendwas oben drauf. Das, da glaube ich so, die Herausforderung ist tendenziell. Also mit Verlaub, ihr, die das jetzt anschaut oder zuhört, das ist sehr verallgemeinert. Da können auch sehr viele Frauen sehr verhandlungsstark sein und Männer genauso gut Beziehungen aufbauen. Ich glaube, es ist nur einfach wichtig, um es so ein bisschen nachzuvollziehen, eher klischeehaft mal unterwegs zu sein. Also bitte nicht persönlich nehmen, wenn wir da jetzt uns Frauen oder auch die Männer mal ein klein bisschen von der anderen Seite betrachten. Das mal so als kleiner Exkurs. Ich glaube, da sind wir Frauen eher so ein bisschen in der, ich nenne es jetzt mal, Dienerrolle. Und wenn wir dann noch ein klein bisschen oben draufsetzen, dann ist der andere zufrieden. Und wir möchten den anderen zufriedenstellen, wo ich glaube, der Mann eher so tendenziell seine eigene Zufriedenheit mehr im Fokus hat und dadurch halt einfach den Preis häufig auch besser verteidigen kann. Ja, genau. Und da ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle nochmal, da wirklich auch hinzukommen und zu sagen, also, dass wir, wenn man es jetzt nochmal auf diese Frauen-Männer-Diskussion bringt, also da wirklich nochmal hinzukommen und zu sagen, okay, das ist ein Aspekt, ich habe den bewusst und mir aber künftig dafür noch mehr Zeit nehme, zu sagen, okay, ich brauche da nicht zu dienen. Also ich muss da jetzt nicht in diese unterwürfige Haltung gehen, sondern ich kann dastehen und ich bin selbstbewusst und ich kann all die Sachen so rüberbringen und transportieren, was es eben wert ist oder was ich mir wert bin. Und das ist ein sehr spannender Aspekt. Und nichtsdestotrotz finde ich immer wieder diese Männer-Frauen-Debatte wirft halt Diskussionspotenzial auf oder verschiedene Sichtweisen auf und trotzdem sind wir ja alle irgendwie eins und können voneinander ganz viel mitnehmen und lernen. Definitiv, das auf alle Fälle. Und genauso wie ich eben gerade sagte, da gibt es auch genügend Frauen, die viel, viel besser den Preis verhandeln können als Männer. Genauso gibt es viele Männer, die viel, viel besser eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen können. Also ich glaube, das ist einfach so klischeehaft, einfacher darzustellen. Und ich habe mich da lange mal mit beschäftigt. Das ist evolutionär begründet. Das finde ich sehr spannend aus dieser Situation heraus. Ja, genau. Ja, es ist spannend. Also die unterschiedlichsten Ansätze und wie, und dass wir eben doch noch so viele Sachen von wirklich ganz, ganz früher und irgendwie von Entwicklungsstadien her irgendwie in uns tragen, obwohl wir ja alle denken, wir sind gerade mal irgendwie, ja, unser Alter. Und das ist ja irgendwie nicht so. Das ist es, ne? Und auf der einen Seite sind wir hier im Social Media, World Wide Web, total gut aufgestellt, was ja die Situation im Moment auch so ein bisschen hervorgerufen hat. Auf der anderen Seite sind wir immer noch Cavemen und Cavewoman. Ja, genau, und das Theater. Wunderbar, herrlich ist es. Also das mal als kleine Werbung. Nein, ich bekomme da kein Affiliate für. Falls ihr mal irgendwo dieses Theaterstück seht, Cavemen oder Cavewoman, es ist genial. Ja, kann ich nur bestätigen. Echt Spaß. Lass uns aber weiter über dich sprechen. Nachdem du uns erzählt hast, wie du jetzt zu dieser spannenden Thematik gekommen bist, gib uns doch noch mal so einen kleinen Einblick in deinen Arbeitsalltag. Mit wem arbeitest du zusammen? Was ist der Mehrwert, wenn du mit demjenigen zusammenarbeitest? Erzähl uns da gerne mal ein bisschen drüber. Ja, sehr gerne, danke. Also bei mir geht es darum, wirklich mit Leuten im 1 zu 1 Coaching oder in Gruppen und Teams zu arbeiten. Das sind so die zwei großen Sachen. Jetzt gerade hervorrangig 1 zu 1 und Online-Coachings, die ich mache. Und zwar geht es darum, Selbstständigen und Unternehmerteams, die ein Vertriebsteam haben, in dem Thema Vertrieb und Akquise auf dem Weg zu helfen und sie dabei zu unterstützen. Also strategisch zu gucken, was brauche ich für meine Akquise? Wie kann ich es anders machen? Wo kommen vielleicht noch mal neue Ideen und Impulse? Wie spreche ich denn an? Wie entwickle ich denn irgendwie ein Telefon oder so ein Akquise-Prozess, der richtig gut durchstrukturiert ist und wo ich für mich eine Sicherheit habe am Telefon? All diese ganzen Sachen. Das ist so das eine. Und dann habe ich so das Thema der Gruppen. Da kommst du dann darauf an, was ich gerade für mich auch so plane und was ich halt mache, sind zum einen offene Seminare oder Vorträge und zum anderen auch, wie gesagt, die In-House-Workshops in Unternehmen mit Vertriebsteams. Und da wird dann noch mal genau geguckt, was ist die Anforderung von meinem Auftraggeber? Also was wird gebraucht? Wo soll sich das Team vielleicht hin entwickeln? Wo gibt es gerade Schwierigkeiten? Was ist, also wo müssen wir die Stellschraube irgendwie ansetzen und da ein bisschen wirklich gucken, was da los ist? Und das mache ich dann mit den Teams zusammen. Und da wird dann entsprechend dran gearbeitet. Und Kunden kann man sich so vorstellen, also wer kommt zu mir? Es sind im Prinzip Selbstständige, die unterschiedlichste Unternehmungen haben, die wirklich, sage ich mal, Dienstleistungen anbieten, die Produkte anbieten, Coaches auch, irgendwie auch Handwerker. Also wirklich so Leute, die für sich und mit dem Thema Akquise vorangehen wollen. Und was haben die von mir mit meiner Zusammenarbeit, ist zum einen meine langjährige Erfahrung. Und gerade wenn es darum geht, als Einzelunternehmer oder als kleineres Start-up, wie komme ich denn in größere Unternehmen halt, also wie akquiriere ich die, über welchen Weg? Wie kann ich irgendwie Ausschreibungen so gut bearbeiten, dass ich da definitiv einen Platz finde? Also über all diese verschiedensten Ansätze, wo ich schon eine Expertise und eine Erfahrung brauche, da gucke ich dann entsprechend hin. Genauso auch das Thema, wie telefoniere ich richtig? Also wie komme ich denn am Telefon rüber? Was sind die Fragen? Wie kann ich fragen? Also das sind auch so die Sachen, die ich dann mit denen bearbeite. Und entsprechend, also wenn man so auf eine Branche runterbrechen möchte, oder wird halt oft gefragt, mit welcher Branche arbeitest du denn zusammen? Also es ist bei mir sowohl Gewerbe, also Produktionsunternehmen, als auch Handelsunternehmen und Dienstleistungen. Das sind so die Sachen. Was ich nicht so mache, ist so Finanzsektor, da bin ich nicht so die Expertin für. Und genau, ansonsten eben alles, was irgendwie zu mir passt und auf welches Resonanzmodus wir miteinander stoßen, sage ich mal, ja. Jetzt hast du dreimal noch ein böses Wort gesagt. Dreimal. Dreimal, ich habe extra Striche gemacht. Und da möchte ich gerne deine Sichtweise auch noch mal zu kennenlernen. Dieses angsteinflößende böse Wort Akquise. Genial, ja, genau. Akquise, ja, das ist ja schon bei allen, da gehen ja schon, also Akquise, glaube ich, geht ja noch. Also meine Erfahrung ist ja die, wenn du das Wort Kaltakquise sagst. Gott, Gott, ja, genau. Genau, dann ist es so, wie die Katze sieht Wasser und die Haare explodieren nach oben. Genau, ja, Akquise, das ist so das Thema, wovor sich natürlich auch viele irgendwie, was ich so wahrnehme, irgendwie gerade bei den Selbstständigen, nehme ich das wahr, die wirklich sich da sträuben vor, die da irgendwie Respekt vorhaben und irgendwie sich nicht richtig trauen. Und ich bin immer so, also, weil, du musst dir vorstellen, ich war ja lange im Konzern, in diesem Konzern-Dasein. Für mich war ja Vertrieb, ich habe schon immer gemacht, irgendwie gelernt, bin mit 16 damals meine erste Ausbildung gemacht und bin seitdem in diesem Weg unterwegs. Das heißt, also, ich habe halt viel mir angeeignet. Also für mich ist das, sage ich mal, so normal gewesen. Und dann war ich so, du bist selber Gründer und bin so raus mit meinem Business, habe gestartet und plötzlich war ich, habe ich das eben so mitbekommen in der ganzen Gründerszene und in der selbstständigen Szene und habe so gemerkt, also die haben alle eine super geniale Idee, sind voll überzeugt von dem, was sie machen. und danach kommt, jetzt musst du aber Vertrieb machen und dann kommt so, oh, nee, Akquise, nee. Ich muss einen anderen Weg geben. Und das ist für mich erst mal so, da bin ich so, das verstehe ich erst mal gar nicht, weil man hat ja irgendwie gegründet oder man kam mit einer Idee raus, wo man gesagt hat, okay, das ist voll mein Ding, das will ich machen. Und dann, wenn es darum geht, jetzt genau sein Ding, was man hat und was man, sage ich mal, ja anbieten will, irgendwie da geht es dann, nee, geht nicht weiter, weil da kann ich nicht machen. Und das ist ein ganz interessanter Faktor, weil genau an dem Punkt kommt man ja an das Thema, wie zeige ich mich, also Sichtbarkeit, traue ich mich zu zeigen, was habe ich für einen Wert, kann ich das aufrufen, was ich mir da eigentlich so vorstelle. Also es ist ja nochmal ein Quantensprung in Richtung Persönlichkeit, also von wo will ich hinwachsen, wer will ich dann sein. Und ja, also es ist super spannend und ich finde halt Akquise immer wieder spannend, wenn ich die Frage mal stelle, habt ihr denn schon mal positive Erfahrungen mit Akquise gemacht, zum Beispiel? Dann kommt dann schon mal hier und da auch, ja. Also das ist nicht immer nur, dass es nur negativ besetzt ist, aber die meisten fokussieren sich immer auf das Negative und halten daran fest. Und ich glaube, das ist halt das Hauptproblem. Und meiner Meinung nach ist es auch so, in diesem ganzen Akquisebereich und Vertriebsbereich, du wirst ja nie zu 100 Prozent Abschlüsse haben. Also das ist ja normal. Das ist ja, und wenn ich dann eben anfange, mich immer auf die paar Prozent zu konzentrieren, die eben mal nicht geklappt haben, dann ist halt Akquise auch negativ behaftet, weil es klappt ja nicht, weil ich konzentriere mich ja dann ja nur darauf. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich in dem Zusammenhang auch sehe, ist für mich, dass ich es dann, wenn es nicht geklappt hat, nicht zu Ende denke. Einfach nur sagen, oh, jetzt hat es nicht geklappt. Siehst du, Akquise wusste ich doch. Manuela, das funktioniert nicht, das klappt nicht. Sondern das eher als Test zu sehen und daraus meine Lernerfahrung für das nächste Telefonat, für die nächste Ansprache zu machen und weniger ist als wirklich, es hat ja eh nicht geklappt zu sehen, sondern okay, das war jetzt eine spannende Lernerfahrung und das möchte ich gerne beim nächsten Mal anders machen, damit die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, dass es dann hinhaut und ich wirklich diesen vermeintlich ersten Misserfolg, wenn ich den zu Ende denke, ist es kein Misserfolg mehr, sondern der Weg wirklich zum nächsten erfolgreichen Telefonat. Ja, und ich finde halt auch nochmal so spannend, das immer so zu sehen als, das ist die Akquise, das böse Wort oder das muss ich jetzt machen und dann baut sich schon so ein Berg gedanklich quasi auf, wo man so sagt so, boah, da muss ich jetzt ran, da muss ich irgendwie 30 Leute anrufen und so. Also dann kommt ja noch das Ganze dazu, dass man irgendwie anfängt, sich im Geist noch die schlimmsten Szenarien dazu auszumalen, was für schreckliche Sekretärinnen alles am Telefon sitzen werden und dich abwimmeln werden und so weiter. Und der Punkt ist eigentlich, dass wir ja letztlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, akquirieren wir ja eigentlich immer, egal wo wir sind und egal was wir machen. Also es gibt ja eigentlich gar nicht diese Trennung in nur heute mache ich Akquise und morgen nicht, sondern wenn ich unterwegs bin, gerade als Vertriebler oder als Selbstständiger, egal auf wem ich treffe, es sind ja immer Kontakte, die dann kennen könnten und worüber ich wieder irgendwie in Kontakt kommen kann, worüber ich eine Beziehung aufbauen kann. Genau. Also das ganze Leben ist eine Akquise. Privat. Das ganze Leben ist eine Akquise. Genau. Bei mir heißt es eher, wir verkaufen immer und überall. Aber das ist ja im Endeffekt auch der Teil. Genau. Ja. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, über dieses Thema könnten wir noch stundenlang sprechen. Glaube ich auch, ja. Ich lade aber auch dich ein, uns einen Tipp mit auf den Weg zu geben, aus deiner Erfahrung heraus, wie das Leben ein klein bisschen besser oder leichter werden kann. Wie das Leben ein klein bisschen leichter werden kann. Also es gibt mehrere Sachen, die ich so sehe und eine Sache, die ich immer wieder gerade ganz spannend finde, ist, sich immer mal wieder vorzustellen, was ist in einem halben Jahr? Also wenn man so einen Zukunftssprung einfach mal macht. Also wenn man so sagt, okay, ich stehe jetzt heute an dem und dem Punkt mit meinem Unternehmen oder irgendwie mit meiner Akquisetätigkeit oder auch, kann man ja auch alle Bereiche letztlich anwenden. Also man kann es ja auch sagen, irgendwie in dem privaten Bereich und so weiter. Und dann halt mal springt ein halbes Jahr noch weiter und von da aus dann mal guckt, okay, wenn ich jetzt ein halbes Jahr weiter bin und dann nochmal ein halbes Jahr weiterspringen. Also quasi wie so ein in die Zukunft, ein Jahr in die Zukunft. und dann aber guckt, was habe ich da gelernt? Was habe ich mitgenommen? Also was waren die Erfahrungen, die ich gemacht habe? Das kann man sich ja vorstellen. Und wenn man da mal so reinspürt, wir haben da alle eine Idee davon, was so in einem Jahr ist und wo wir hinwollen. Und wenn man dann nochmal zurückguckt, quasi, wenn man dann wieder auch das halbe Jahr zurückgeht und dann sich mal umdreht und sagt, was hat mir ganz besonders in den ersten sechs Monaten dafür geholfen, dass ich dann da sein kann? Dann kommen halt auch nochmal ganz viele Erkenntnisse hoch, die wertvoll sind, für die man sich weiter, also mit denen man dann im Jetzt schon wieder weiterarbeiten kann. Also einfach mal, wenn man so einen Future-Sprung einfach mal macht und sich mal vorstellt, okay, wie ist das, wo bin ich dann und dann, was hat sich dann ergeben, welche Herausforderungen hatte ich sogar oder was war gut für mich? Also was hat mir geholfen in der Situation? Und das finde ich ganz spannend, weil gerade in der jetzigen Zeit sich wirklich mal zu überlegen, was ist in einem halben Jahr und auf die Zeit zurückzublicken. Ich glaube, wir werden alle ganz viele positive Dinge sehen, was natürlich auch im Hier und Jetzt uns einfach gut tut, das eine oder andere, ja, eine ganze Ecke schöner zu betrachten. Ja, auf jeden Fall. Und genau das ist ja das, was wir jetzt wirklich auch alle brauchen. Also dieses Positive und sich das immer wieder bewusst zu machen, dass in jeder Situation ja Wachstum liegt, dass in jeder Situation Chancen liegen und sich das entsprechend klar zu machen, auch mal aufzuschreiben. Ich empfehle das auch wirklich aufzuschreiben, weil klar kann man das durchdenken, aber dann ist halt auch wieder einfach schnell weg. Aber wenn man sich mal ganz bewusst hinsetzt und sich dafür mal zehn Minuten Zeit nimmt, dann ist das schon eine sehr wertvolle Übung. Auf jeden Fall. Deswegen da ganz, ganz lieben Dank für diese wertvolle Übung, diesen wertvollen Tipp. Gerne. Und dir auch ganz lieben Dank, ja, für dieses spannende Thema, wo wir, glaube ich, immer noch nicht geklärt haben, sind Frauen die besseren Verkäufer? Ja, nein, vielleicht anders und wir gemeinsam viel voneinander lernen können, was in jeder Situation ja hilfreich ist. Genau. Deswegen dir herzlichen Dank und euch draußen natürlich weiterhin alles Gute, wenn bei euch auch schönes Wetter ist. Genießt die Sonne und bitte bleibt gesund. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Danke.